Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Gehen zwei Blinde ins Kino, sagt der eine zum anderen. Du, rutsch mal, ich seh nix. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, gebt mir einen Daumen hoch und schaut mal auf mabacher.tv, meiner Facebook-Seite vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und nicht vergessen, lachen macht lustig.